herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft beyond so wir haben inzwischen 35 steel ingots und zwar die die wir brauchen und nicht wieder irgendwelche anderen futtern könnte ich auch mal wieder was so 35 das heißt wir können jetzt anfangen mit der rolling machine das sollte für 35 sollte für zwei stück reichen im heißen so da rein da rein und das so acht stück haben wir gut fünf stück brauchen jetzt haben wir erst mal zwei okay die funktioniert direkt mit rf das heißt wenn ich die zum beispiel hier dran pappe hatte ich sofort power und kann loslegen das ist schon mal sehr nice wir brauchen die capacitor bank die haben wir schon mal vor einiger zeit gemacht wenn ihr euch daran erinnert und wir brauchen strohabel so und was wir noch mitnehmen sind so ein paar salatzellen vier stück erst mal das muss reichen slabs bräuchten noch oder wir machen da war ja 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 wir machen da ein glas dach aber das reicht nicht dann machen wir hier mal den da anders push machen wir das mal hier rein wir machen da ein glas dach drauf das wird bestimmt auch nice und auf dem boden machen wir auch solche teile hier doch gerade das wäre wieder das falsche aber quite clear glas machen kann man das auch noch geschenkt habe ich keine geschenkt mehr schüssel ne wir haben keine geschenkt mehr komisch ich dachte ich hätte eine gehabt so ich habe keine ahnung wie viel wir eigentlich brauchen emits light das wäre auch cool haben wir eine ungerade zahl ich glaube wir haben gut dann gehen wir mal los lampen wollte ich trotzdem noch mitnehmen es ist komisch warum das hier legt und da nicht so lampen sind hier vier stück kann man noch müsste eigentlich reichen das ist ein kleines haus habe ich ja nicht alles kisten vielleicht noch aber ich glaube ich glaube wir haben alles ich glaube ich glaube ich glaube ein alles moment hier halt enderperren wenn die fertig sind muss man die ab ernten weil wir haben nicht so viele dann müssen wir auch die gleich hier uns holen so 11 7 machen wir mal an dass wir sehen wo wir hin müssen gut dann und es verbindet sich sogar ist ja geil ich habe jetzt gedacht eigentlich dass das sich nicht verbindet nicht verklicken wenn ich nämlich drunter klickt dann habe ich eine reihe mehr von diesem glas und das will ich eigentlich gar nicht so sieht doch ganz cool aus das war jetzt aber ein fail weil eigentlich wollte ich ja oben das die die solarzeilen darauf hauen dann müssen wir hier dann müssen wir optimieren und dann können wir einfach die solarzeilen oben drauf packen dann ist das nämlich cooler dann können wir nämlich die blöcke so machen wie wir die da hinten an der wand haben und dann können wir einfach die solarzeilen oben drauf packen aber das machen wir jetzt trotzdem mal eine hat schon ein bisschen strom und dann gehen wir hier mal rein mit den capacitor banks die kriegen so ein kabel moment so gut die fühlt sich dann können wir hier nämlich in diese richtung gehen das machen wir jetzt einfach mal so weil ich mir gedacht habe ich baue das nicht alles so papp auf papp sondern ich lasse da ein bisschen luft zwischen so und jetzt könnte ich hier sogar lieber machen ja also wir könnten hier schon was produzieren machen wir aber noch nicht ja wir machen uns jetzt noch eine painting maschine nein die braucht auch ein slice im dingster glaube ich painting painting maschine die brauchst du gar nicht electrical steel haben wir ja genug so gut dann machen wir das painting maschinen dann können wir nämlich die kabel ein bisschen verstecken das sieht auch viel schöner aus hier stahl kriegt man auch noch sieben kohle rein damit ähm printing maschine das brauche ich electrical steel brauche ich was brauche ich denn noch ein diamant und netto netto quartz bämm gut dann brauche ich die wie heißen die fasad konduit fassaden ok gehen ja relativ easy wenn wir das dann noch haben kontaktive binder hier haben wir noch 50 viel kommen da nicht raus dann müssen wir noch ein bisschen binder machen also was brauchen wir da clay sand und krabbel clay da kommt einfach hier auf diese art kommt mehr raus wie wenn ich das in die wie heißt die maschine sag mal mach das habe ich ja in irgendeiner folge glaube ich mal ausprobiert wenn nicht dann habe ich vor der folge ausprobiert es ist auf jeden fall so gut dann brauchen wir lassen mich nochmal gucken zwei stecks sand 1 2 3 4 5 stecks davon und dann haben wir das hier alles mal mal warum reicht das jetzt nicht hier liegt mein kabel rum so dass da ach so das ist was anderes so 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 jetzt passt das haben wir jetzt hier rein die müssen das jetzt durchballern können wir auch hier in die kiste machen ich glaube der hier nimmt nichts auf richtig dann kommt hier schon der kontaktive binder raus salpeter du mal weg der ist wieder auf durchgang gestellt das ist auch perfekt warum habe ich ja nicht so viele uhren keine ahnung so so dann painting machine da brauchen wir diesen block 15 mal zwei mal weniger also 13 mal und läuft quatsch wir brauchen ihn schon wir brauchen ihn schon noch zweimal mehr damit man gut das sollte auch erstmal reichen ich habe mal alles wieder raus kein platz würde ich noch viel zu tun das glas hier könnte man mal benutzen und zwar für spiegel ich stecke eisen dann brauchen wir holz wir brauchen ja sowieso noch zig solar zig 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 solarzellen so dann brauchen wir noch ein bisschen close down ein stack ist gut war dann können wir die hier mal kurz in die mitte setzen da haben wir glaube ich auch noch welche reicht trotzdem bloß für 85 ne fünf aber immerhin was machst du da na zwei weitere die ganze arbeit für zwei läppische solarzellen ist eigentlich ein bisschen lächerlich hier läuft noch da läuft noch dann was machen wir noch am stall gucken da haben wir noch mal 14 star aber 16 brauchen wir so egal das kommt jetzt mal alles wieder da rein so dann gucken wir mal ob wir die da anbringen können und das kabel hier habe ich eigentlich sogar völlig doof verlegt ich zeige euch auch gleich warum so wir machen hier ein kabel dran und da ein kabel und das war's quite easy so dann gucken wir mal nein ich habe die falschen genommen nein warte das ist der boden ich habe nur zwei falsch gemacht so gut also ich muss die zwei noch mal entfernen wo ist es hin es ist reingefallen warum warum wird eigentlich der balken hier nicht richtig angezeigt 128 wir haben vier stück wir generieren die 32 ok dann passt dann will ich nicht gemeckert haben so wir müssen jetzt noch die richtig kurz kundi kundu kundu ihren das ähnlich das raus das rein und das da so und in der zwischenzeit machen wir hier oben mal noch was und zwar nehme ich die ganzen salat sein mal ab hier das dauert eine ganze weile kann ich hier mit dem hammer arbeiten ja kann ich aber das ist nicht so vorteilhaft ach nee so das wird auch die letzte amtshandel wo aufpassen die letzte handlung für heute dass wir hier die salatzeilen mal auffrischen so den dahin so und dann passt alles dann müssen wir hier unten nur mal kurz die pistens hier benutzen acht dann haben wir hier nochmal fünf ach die kann ich nicht benutzen so nochmal zwei gut gefällt mir immer mehr und noch sechs weitere salatzeilen so die anderen zwei mache ich drüben noch drauf halt wartet die konduit fassaden mitnehmen natürlich wir kommen auch irgendwann wieder zu reinen bau folgen ja für alle die sich bei mir beschweren dass ich gerade so viel technik mache es ändert sich wieder vier vier das reicht noch das reicht noch für eine rolling machine ähm ähm glaub ich in die mitte der rolling keep rolling ah kennt ihr das lied rolling 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 so das da rein das da rein und eine weitere rolling machine kommt raus kommt raus das da rein das können wir wieder weg machen und ab geht's ja ich weiß wir laufen gerade kaum noch wir fliegen alles so jetzt haben wir die richtigen ah da ist sie ich wusste doch vorhin hier ist eins weg geflogen so und die kommt hier noch dran zack voll 192 input ist nicht so viel vor allem wenn ich da jetzt das dran hänge ist ja gleich leer aber das lassen wir jetzt mal so das war es auch wieder von der heutigen folge wir haben hier unser gebäude so gut wie fertig warte mal 2 4 6 8 10 wir machen jetzt noch eine sache machen wir noch habe ich keine schüssel mehr wir hatten keine männer doch doch natürlich ach hier ist sogar noch was drin 5 window dieses 4 gibt es da sogar dann machen wir das ach weh da kommen doch bloß 2 raus gut wir haben natürlich schon richtig ausgerechnet ja so sieht gar nicht mal so schlecht aus ja so das war es von der heutigen folge minecraft und sky factory sagen da wäre ich aber ein bisschen weit weg ja das hat man mal irgendwann sky factory was ich auf jeden Fall brauche ist ein wireless charger dann muss ich mir irgendwann mal einen enderman krallen die erde hier funktioniert zu langsam ich mach hier nochmal achso ne ja ist gut hallo was los hä ja ok das war es von der heutigen folge minecraft beyond wir müssen den tempel weitermachen und alles bla 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 ähm das machen wir in den nächsten folgen bis dahin vielen dank fürs zuschauen ciao